Was erdet dich und hält dich am Boden? Wie hoch hinaus willst du im Leben? Bäume faszinieren uns Menschen seit jeher. In zahlreichen Kulturen werden sie als Wohnsitz der Götter und Naturgeister verehrt. Das keltische Baumhoroskop ist noch heute legendär und eine Quelle der Inspiration für alle, die daran glauben. Bäume besitzen viele interessante Eigenschaften und die Botanik hat erst damit angefangen, sie zu erforschen. Ihre Optik, ihre wohltuende Wirkung auf unsere Gesundheit und die geheimnisvolle Kommunikation, die Bäume miteinander sprechen lässt, sind nur einige ihrer bemerkenswerten Superkräfte. Auch als visuelle Schlüsselbilder zum Erkunden unserer Seele und unserer Persönlichkeit sind Bäume in ihrer Vielfalt bestens geeignet. Wenn du mehr erfahren möchtest, betrachte das folgende Bild. Für welchen Baum würdest du dich spontan, ohne nachzudenken, entscheiden? Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Baum Nummer 1 Dieses Baumbild spricht Menschen an, die hohe Maßstäbe an sich und ihr Umfeld setzen. Moral, Anstand, Werte und Traditionen werden in diesem Leben großgeschrieben. Menschen dieses Charaktertyps vergessen keine Lügen, Enttäuschungen oder Betrügereien. Sie gehen Leuten aus dem Weg, die nicht dasselbe Verständnis von Recht und Unrecht pflegen wie sie. Und das Einhalten von Geboten, Gesetzen und Regeln ist natürlich kein Vorschlag für sie, sondern Pflicht. Baum Nummer 2 Das Leben ist für dich eine Party, die nie zu Ende geht. Hat dich dieses Baum-Symbol angesprochen, zählst du zu den Party-People dieser Welt. Du liebst es, neue Leute zu treffen, Kontakte zu knüpfen und das Leben von der heiteren, unbeschwerten Seite zu genießen. Etwas Schönes oder Positives entdeckst du so ziemlich überall. Dich näher kennenzulernen dürfte manchmal schwierig sein, weil du den viel zitierten Ernst des Lebens gerne so weit wie möglich fernhalten möchtest. Du bist nicht oberflächlich, nur unverbindlich und entspannt. Baum Nummer 3 Du machst dir viele tiefgründige Gedanken über das Leben Die Philosophen unter uns spricht das Baumbild Nummer 3 an. Diese Menschen machen sich unzählige Gedanken über das Leben. Jede Begegnung wird analysiert und von allen Seiten her beleuchtet. Auch das globale Schicksal des Planeten und der Menschheit sind große Themen in den Augen dieser Personen. Hast du dich für dieses Symbolbild entschieden, dann liegt dir die Welt ehrlich am Herzen. Du verbringst viel Zeit damit, nach Lösungen für Probleme zu suchen, die ein Mensch allein nicht bewältigen kann. Baum Nummer 4 Deine Gefühlswelt ist von intensiven Höhen und Tiefen geprägt Du bist ein sehr emotionaler und sensibler Typ, wenn dich dieses Baumbild spontan angesprochen hat. Deine Gefühlswelt verdient diesen Namen, denn sie ist weitläufig, bunt, sehr vielschichtig und stellt dich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Das Leben ist für Menschen mit intensiven Gefühlserfahrungen nicht immer einfach. Es bleibt im Alltag fast zu wenig Zeit, um in sich hineinzuspüren. Und Verständnis für Leute, die sich vieles zu Herzen nehmen, was an anderen abprallt, ist erst recht Mangelware. Baum Nummer 5 Unabhängigkeit und Willensstärke zeichnen dich aus Von dieser Zeichnung angesprochen fühlen sich Menschen, denen ihre persönliche Freiheit über alles geht. Sie sind sehr willensstark und fokussiert, weshalb ein Auskommen mit ihnen ohnehin nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten bleibt. So etwas wie enge Bindungen, unnötige Verpflichtungen oder lästige Termine vermeiden die Freigeister unter uns. Sie lieben das Flatterhafte, Unverbindliche und sie möchten über jede Minute ihres Lebens frei verfügen dürfen. Baum Nummer 6 Eine alte Seele schlummert in dir und sie sucht immer noch die Liebe Viel Romantik und eine endlose Schleife an früheren Leben bestimmen das Dasein von Personen, die sich für dieses Bild entschieden haben. In dir schlummert aller Wahrscheinlichkeit nach eine alte Seele, die schon viel erlebt hat. Doch eines ist ihr immer noch wichtiger als alles andere. Die Liebe Du brauchst die Vorstellung von endlosen romantischen Spaziergängen am Strand so dringend wie andere Menschen die Luft zum Atmen. Gib nicht auf, diese Suche lohnt sich. Baum Nummer 7 Toleranz und Neugier bestimmen deinen Kurs Man muss schon ein offener Geist und ausgesprochen missbegieriger Charakter sein, um sich für Baum Nummer 7 zu entscheiden. Im Leben dieser Menschen wird es nie langweilig und dafür sorgen sie höchst selbst. Es handelt sich dabei um ausgesprochen kommunikative, auch extrovertierte Persönlichkeiten, die liebend gern mit ihresgleichen in Kontakt treten. Für fremde Länder und exotische Kulturen interessieren sie sich sehr, ebenso wie für differenzierte Meinungen und Standpunkte. Baum Nummer 8 Du bist spontan und zu allen Schandtatten bereit Pferde stehlen kann man mit Menschen, die sich für dieses Baumbild entscheiden. Sie sind ausgesprochen abenteuerlustig und flexibel, ständig auf Achse und auf der Suche nach dem nächsten Entertainment. Menschen mit diesem Charakter tendieren dazu, sich immer wieder einmal zu spontanen Aktionen hinreißen zu lassen, die im Nachhinein für gute Geschichten und jede Menge explosive Anekdoten sorgen. Mit dir als Freundin oder Freund muss man jedenfalls stets das Unerwartete erwarten. Baum Nummer 9 Du liebst das Leben und das Leben liebt dich Die Optimisten und sonnigen Gemüter unter uns entscheiden sich für das letzte Baumbild in dieser Sammlung. Dieser Menschenschlag mag es gerne luftig und leicht. Die Sonnenseite des Lebens ist die einzige, die zählt. Probleme dürfen gerne draußen vor der Tür bleiben. Umringt von Gleichgesinnten erschaffen sich diese Glückspilze ein Dasein, das schnell Neid und Missgunst auf den Plan ruft. Allerdings ist ihr deutsche Bieter kein Geschenk, sondern eine Entscheidung. Unser heutiges Fazit Bäume als Sinnbild des Lebens, Stärken und Schwächen gehen Hand in Hand. Für welchen Baum hast du dich entschieden? Und stimmst du mit seiner Botschaft überein? Bäume sind faszinierende Wesen, denen schon seit Alters her nachgesagt wird, über ein umtriebiges Eigenleben zu verfügen. Sie gelten als Behausungen von Göttern, Naturgeistern, Elfen und anderen mystischen Bewohnern. Aber sie sind inzwischen auch bekannt dafür, ein Sozialleben zu führen, welches ausgefeilte Kommunikationstechniken und die Fürsorge der Starken für die Schwachen beinhaltet. Der Baum als Symbol kommt niemals aus der Mode. Was er für den Planeten und somit für uns Menschen leistet, können wir gar nicht genug schätzen. Den Status, ein Sinnbild für unser Unbewusstes zu sein, hat der Herr der Wälder sich somit mehr als verdient. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!